Das hier zur Miete angebotene gepflegte ca. 557 Quadratmeter Büro befindet sich in Dortmund Innenstadt. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 6,50 Euro pro Quadratmeter. Die Nebenkosten belaufen sich auf einen Quadratmeterpreis von monatlich 2,15 Euro. Kontaktieren Sie uns für nähere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leipzig Miete des ZDF, 2018 Leipzig Miete des ZDF auch in der ZDF. Da, was ich еще für die Eingellistenz. kdoi-kdoi-kdoi-kdoi-kdoi. Vielen Dank.